Du verreist gerne und trägst dein Haarsystem? Dann habe ich jetzt das Richtige für dich. Mit den Heidekke Reisegrößen hast du immer die wichtigsten Produkte dabei, die du für dein Haarsystem benötigst. Außerhalb der Reisegrößen von Heidekke bieten wir für deine Geschäftsreisen, deine spontanen Urlaube oder vielleicht auch Kurztrips ein ganzes Cravorset an und das optimal für dein Handgepäck. Alle Reisegrößen, das Cravorset sowie das Spec, all diese Produkte könnt ihr einzeln bei uns im Shop oder direkt im Studio bei uns erwerben. Viel Spaß beim Shoppen!